Hey Leute und herzlich willkommen zu einem Vlogger der Vlogs und wir waren gerade schon bei Edeka, hier einmal, aber natürlich nur für mich, dann einmal hier noch das hier, für mich, so ja und da haben wir hier das hier, aber bitte kaufen, weil sonst können wir uns das bald nicht mehr kaufen, weil wir brauchen schon das Geld, weil bitte kauft es, weil es wäre wirklich schade, wenn wir dann keine Vlogs mehr machen könnten, bitte, das ist jetzt so ein Spendenaufruf, dass ihr das macht, okay, aber wir haben einfach, das geht einfach nicht mehr, so Leute, jetzt sind wir behind school, also nach der Schule und, okay, das war kein richtiges Englisch, aber trotzdem, ich bin hier mit der Typie, mit dem Typie hier und jetzt beginnt sozusagen der Tag erst richtig, um 13 Uhr beginnt der Tag richtig, das ist cool, so Leute, wir haben uns gerade die Big Cox, also nicht Schocks oder so, Big Cox Mandeln, das nennt man halt die Cox des Jahres und ähm, ja, also hier Big Cox und ich bin hier und ähm, ja, und das ist übrigens der Günther, ja, und kauf es bitte, weil sonst können wir uns sowas bald, demnächst nicht mehr kaufen. Leute, das ist das Ende des Vlogs und ja, der Vlog ist recht kurz, ist einfach nur zwei, drei, vier Szenen, wo ich geredet habe, mehr war das auch nicht, aber das ist mein Tag und wenn ihr den Tag sehen wollt, dann, bitteschön, ne, ähm, das ist der Tag von Mai, für mir und das ist halt etwas kürzer immer und wenn ich mal was Besonderes erlebe, dann ist natürlich der Vlog auch theoretisch länger, also ist meistens immer länger, deswegen, es kommt immer darauf an, was ich gerade so erlebe, außer Schule und nach Hause gehen und Videos machen, mehr mache ich ja auch nicht, wisst ihr, das ist, äh, ist leider so, aber ich versuche, äh, so viel wie möglich aufzunehmen, beziehungsweise zu vloggen und deswegen schauen und wir sehen uns in zwei Tagen wieder, wenn der nächste Vlog halt kommt und ja, ciao!